Die Lage beim DFB ist hochernst, zumindest was die A-Nationalmannschaft der Herren betrifft. Man hat ja die letzten Spiele eigentlich nur scheiß Leistungen gezeigt, zudem dann eben auch schlechte Ergebnisse erzielt, gegen schwächere Gegner verloren und dementsprechend stand eben Bundestrainer Hansi Flick schon arg in der Kritik. Es gab auch die ersten Flick-Rausrufe bzw. Plakate und generell ist die Stimmung natürlich nicht so, wie sie vor einer Heim-EM sein sollte, sodass die Fans eben hinter der Mannschaft und dem Team stehen. Und dennoch hat sich die Führung bzw. wie auch immer man das nennen will, klar hinter Hansi Flick gestellt und ihm eben eine Jobgarantie ausgesprochen. Nun aber berichtet die Sportbild, dass sie sich bei den nächsten zwei Spielen in der aktuellen Länderspielpause um absolute Schicksalsspiele für Hansi Flick handelt. Eine Ablösung von Flick sei sogar sehr wahrscheinlich, wie es in dem Bericht heißt, sollte es ähnlich schlecht laufen wie im Juni, also bei der letzten Länderspielpause mit dem 3-3 gegen die Ukraine, dem 0-1 in Polen und dem 0-2 gegen Kolumbien. Aber ehrlich gesagt betrachten wir mal die Gegner. So spielt man am Samstag gegen Japan und am Dienstag gegen Frankreich. Jetzt ist natürlich die Frage, woran misst man das? Misst man es an der Leistung oder am Ergebnis? Denn das sind absolute Top-Gegner. Ich meine, Frankreich ist, ja, braucht man nicht drüber reden. Die sind eine absolute Top-Nation, waren im WM-Finale. Aber auch Japan, auch wenn viele meinen, die wären nicht so gut und hätten uns nur rausgeschmissen, weil wir selbst so schlecht sind. Nein, Japan ist auch eine richtig starke Nation. Die sind letztendlich nur schon recht früh gegen den späteren WM-Dritten mit Kroatien im Elfmeterschießen ausgeschieden und haben auch so einen Top-Kader. Aber ich will jetzt gar nicht mal so viel darüber reden, denn das wird auf jeden Fall schwierig. Und ich habe jetzt keine große Hoffnung, bzw. was heißt Hoffnung? Ich habe jetzt keine große Zuversicht, dass das jetzt wirklich besser werden wird. Klar, letztes Mal hat Flick so ein bisschen experimentiert, aber ich weiß jetzt nicht, was er anders machen soll wie damals. Er hat ja keine wirklich feste Formation, keinen Stamm an Spielern, den er grundsätzlich einsetzt. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das in die Hose gehen könnte. Und wer dann eben auf ihn folgen könnte als Bundestrainer, da hat die Sportbild auch gleich noch die Namen genannt. Wenngleich man natürlich sagen muss, inwiefern ist der Bericht jetzt wahrheitsgetreu? Wird das wirklich passieren? Weil wenn, dann hätte ja ein Trainerwechsel nach der letzten Länderspielpause viel mehr Sinn gemacht, da jetzt einfach nochmal viel Zeit vergangen ist und zudem halt die neue Saison begonnen hat. Und das würde natürlich wiederum die Arbeit von dem neuen Trainer erschweren. Schweren, aber da muss man jetzt einfach mal schauen. Ich nenne euch die Kandidaten trotzdem. Die erste Option ist natürlich recht offensichtlich mit Julian Nagelsmann. Junger Trainer, weiß ich nicht, ob der das schon machen würde in dem Alter. Dennoch wäre es natürlich eine sehr interessante Option, da er taktisch auf jeden Fall auf dem höchsten Niveau agiert. Wenngleich man wiederum sagen muss, inwiefern kann er sein recht komplexes Spielsystem in der wenigen Zeit mit den Spielern einstudieren. Aber rein grundsätzlich wäre es natürlich eine gute Option. Aber er ist ja halt auch noch bei Bayern unter Vertrag. Weiß nicht, wie man das lösen würde. Wäre dann der nächste Trainer, der von den Bayern zum DFB direkt geht. Aber mal schauen. Des Weiteren wird Ex-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner genannt. Was an sich schon mal recht kurios wäre, da er der erste Bundestrainer wäre, der keine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass er da die krassen trainerischen Fähigkeiten mitbringt. Klar, er hatte Erfolge. Aber gut, auch in K.O. Spielen wäre vielleicht eine solide Lösung. Aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da hätte ich auch einen Ralf Hasenhüttl interessant gefunden. Ist ja ebenfalls Österreicher. Aber ja, weiß ich nicht. Zudem soll ein Matthias Sammer im Rennen sein. Was natürlich auch eine sehr komische Variante wäre. Denn Sammer war zwar schon Trainer. Allerdings ist es jetzt schon fast 20 Jahre her, dass er zuletzt eine Mannschaft trainiert hat. Und ohnehin hat er insgesamt nur 5 Jahre trainiert als Cheftrainer. Dementsprechend fehlt da so ein bisschen die Erfahrung. Die Fachkompetenz hätte er wohl. Wäre vielleicht eine interessante Lösung. Ich kann nicht allzu viel dazu sagen. Ich kann ihn nicht als Trainer einschätzen. Ja, es ist schwierig, was den DFB angeht. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ein anderer Trainer da die Wende bringen würde. Aber ja, rechnen wir einfach mit dem Schlechtesten. Dann können wir nicht enttäuscht werden. Und das soweit mal zu dem heutigen Video. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich über ein Like oder Abo freuen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.